Ihr Urteil, Herr Schikaneder? Mozart ist der kommende Mann, ich bin beeindruckt. Wie alle hier. Höchst originell. Sehr beachtlich. Gut. Welch ein Gespür für Effekt. Ein Komponist mit Theaterblut. Nicht eben. Einer Perfekt. Schön ist er nicht, doch er kann er was. Und das. Über ihn spricht schon gut viel. Alltagsfliegel. Sein Schiff wird groß. Witzig, tattelst. Mozart wird verrückt. Pianist akzeptiert. Wer kommt ihm gleich? Doch er kann nicht komponieren. Er wird ganz groß. Fest ist er neu. Aber kennt man ihn. Ein Phänomen. Wird er nicht verinteressiert. So hoch regard. Unterschüsst. Maschinen kann sein. Stern geht auf. Er ist mein Urteil. Er wird viel. Dieses Spiel spielt ein Talent und ein Ziel erzielt und sagt, wir zerröhnt. Doch was heißt es schon hier im Weg, wo schon die Kinder beginnen, in Tränen zu spielen, weil es unterhält? Hier im Weg, wo man hier ist, die Freude und die Reine, wo man es unterhält. Doch was heißt es schon hier im Weg, wo die größte Hündigkeit sagen, die Freude schließt, dass man sich verschleppt. So alt ist, wie wir so ansehen, hier im Weg, in Tränen zu spielen, in Tränen zu spielen. So alt ist, wie wir so ansehen, hier im Weg, in Tränen zu spielen. So alt ist, wie wir so ansehen, hier im Weg, in Tränen zu spielen, in Tränen zu spielen. Wie bleibt es, wie?